Servus und Willkommen zu einer neuen Folge von Get In Your Horizon. In der heutigen Folge wollen wir diese lustigen blauen Blöcke endlich aufbauen. Ich habe da schon mal das Rezept zu... Nein, das Rezept wurde mittlerweile vollständig gebaut. Genau, weil ich hatte ja noch zwei Workstations übrig. Und dann hatten wir ja sozusagen noch einen gebraucht. Die haben wir dann noch hergestellt. So, wir brauchen drei Pumpen, Goldkabel und ein Frostproof Machine Casing. Wie gesagt, es ist einfach nur... Ich ziehe mir den gleich mal raus. Und das da ist einfach nur Aluminium, Aluminium, Aluminium. Kennt er, glaube ich. So, dann haben wir schon mal die Quest completed. Sehr schön. So, wir brauchen aber noch einen MV Energy Hedge. Wir brauchen einen Input Bass. Wir brauchen einen Mantis Hedge und einen Output Bass. Jawohl, haben wir auch hier. Und als nächstes brauchen wir noch aus der Abteilung Werkzeug, brauche ich noch einen Soldering Iron. Ähm, glaube ich ein LV, ne? Ja. Mal richtig mal schnell da rein. Kannst du schon mal laden. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch einen Soldering Wire. Alloy Wire. Mal. Oh Gott. Braucht wieder ewig. Ja, aber für das, was wir momentan brauchen, reicht es. Kann ich ja irgendwann mal reinschmeißen. Ich habe das alles dabei, weil, wenn man nämlich drauf schaut, ne? Controller, Frostproof, Energy Hedge, Main Hedge, Input Bass, Output Bass. Das lustige ist ja, die Quest ist ja, war bei Multiplock Goals, ist ja sozusagen, brauche 21. So, aber bevor ich es jetzt vergesse und nicht das gleich hinterrenne, äh, nein, ich muss noch was machen. Und zwar, ähm, wir haben hier noch ein bisschen Chrom, weil ich habe mir schon aufgeschrieben, äh, wir brauchen auf jeden Fall, ähm, zwei Stacks an, ähm, an diesen schönen Blöcken hier, die wo gleich als nächstes aufgeploppt sind, hier. Upgrade More Heat, Kantal Coils, genau. Die wollen wir ja herstellen. Und für die Kantal Coils brauchen wir ja Kantal Wire, und Kantal Wire macht man ja über die, über die Platten, mit Gott's Willen, bloß nicht über Platten, äh, hier auch Wire Mill, sehr schön. Das gibt es jetzt im Vakuum Freezer, dafür brauchen wir das Ding. Und dafür brauchen wir den Kantal Dust. Und den Kantal Dust, äh, stellt man im Mixer her. Und zwar im Verhältnis, ich brauche drei Chrom, drei Aluminium und drei Eisendust. Aluminium ist überhaupt kein Problem. Muss ich noch hoffen, dass ich irgendwo hier Iron Dust rumfliegen habe. Voll. Haben wir auch. Auch vier Stück. So, erstmal den raus, das rein, das rein, das rein. Zwei rein. Zwei. Ein. All. Ah, okay, das ist die, das ist die Circuit Nummer 1. Wo man schnell ein. Und wenn ich die natürlich gleich fertig mache, dann nehme ich die nämlich mit nach hinten und lasse das gleich mal laufen. In der Zeit, wo wir jetzt das Ding aufbauen und dann auch noch die Stromversorgung anschließen, weil das Ding muss laufen. Und dann in der Zeit kann er nämlich schon mal das erste Kantal herstellen. So, ich gehe mal gleich nach außen und hole das, was wir schon haben. Es müssen zwei Stacks rauskommen, wurde mir gesagt. Ich hoffe, dass wir noch geniegend Mika haben, nicht, dass mir das dann um die Ohren fliegt. Guck. Ich habe hier schon mal jetzt angefangen, sozusagen die neuartige Bauweise unseres Zaunes. Ähm, ich habe festgestellt, ich muss die Fackeln noch weiter nach unten tun. Das heißt nämlich, ich kann jetzt hier nämlich die Fackeln abreißen. Und habe dann hier meine, äh, habe dann auch genügend, äh, 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 also dann keine Kreuze mehr, ne? Also wenn man es hier sieht, ne, Kreuz, hier habe ich keine mehr. Wenn ich jetzt eine nach oben, äh, basteln würde, würde ich jetzt, äh, wieder, äh, Kreuze raufbeschwören. So, und ich merke gerade, ich habe schon wieder meinen Magneten an. Das wird sich jetzt dann hoffentlich auch, sobald der Vakuumfreezer fertig ist, in Luft auflösen, weil wir dann, äh, das war Brand Alloy herstellen können. Dann wird auch ein Magnet gebaut und dann ist, äh, Ruhe im Karton. So, und ich stelle gerade fest, ich brauche noch weitere fünf Stück, also reicht mir das Chrom nicht. Ich hoffe jetzt nur, dass das, äh, dieses Zeug hier, mir reicht. Und ich habe jetzt dann dieses Yellow Garnet da drin. Alles, ich habe doch, ich habe doch fünf Stacks gehabt und wieso ist das so wenig rausgekommen? Achso, ja, weil ich, äh, oder ist das, ist doch ein, ja genau, das ist 16, ja, da kriegst du nur drei. Ich habe nichts gesagt. So, das rausnehmen, das laufen lassen. Jetzt muss ich nur hoffen, dass wir genügend Chrom rauskriegen, weil wir brauchen auch wieder Stainless Steel. Es wird Zeit, dass da, ja, eine bessere Quelle für herkriegen. Ich habe da, ich habe da noch die Befürchtung, dass mir das Mika nicht reicht. Aber ich werde hoffentlich genügend herstellen können, dass es danach reicht. Und auch Mika und so weiter draußen haben. Wenn die Calls dann eigentlich in der nächsten Folge dann fertig kriegen. Weil das ist jetzt sozusagen mein kleiner Plan im Kopf. In dieser Folge ist der Vakuum-Vießer dran. Dann wird der EBF umgestellt und hoffentlich das nächste, äh, in der nächsten Folge dann erst das SD-Val Brand Alloy hergestellt. Wenn dann spätestens in der übernächsten Folge. Weil, wie gesagt, wir müssen auch noch komplett in EBF umbauen. Dann, was halt dann als nächstes mitkommt, ist, ähm, die HV, äh, äh, die HV-Teile zu bauen, Energy Hedges zu bauen. Das hat, das ist auch wichtig. So, und jetzt brauche ich ja als allererstes einmal, dich weg. Ich habe jetzt natürlich alle Blöcke weggetragen. Das war mal wieder typisch ich, aber ich habe gerade noch Geld. Ähm, das wird aufgebaut in 3x3. Also, das heißt, das wird so aufgebaut. So, dann heißt es jetzt für mich, der Vakuum-Freezer kommt hierhin. Äh, Input, was kommt hierhin? Output, was kommt da hin? Ähm, ähm, okay, dann ist schon mal das als erstes falsch. So, der Energy Hedge kommt hierhin, geht nach unten. Genau. Und der Main-Tage-Hedge geht hierhin. So, dann heißt es jetzt, jetzt kommt dann das da drauf. So, jetzt habe ich dich hoffentlich richtig verstanden. Kommt da hin. So, genau. Dann ist das jetzt mittig leer. Jetzt müssen wir hoffen, dass es gleich blau wird. Jawohl! Haben alles richtig gemacht. So, dann gehen wir jetzt gleich mal in den Main-Tage-Hedge rein. Als erstes machen wir mal Soldering. Dann brauche ich noch einen Wrench. Gleich auf. Achso, der war offen. Okay. Und das da auch. So, ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Wirecutter brauche. So, was ich auf jeden Fall brauche, ist die Crowbar. Auch erledigt. Dann haben wir noch einen Soft-Mallet. Und jetzt nehme ich mir gleich mal die ganzen Werkzeuge raus. Ich brauche auf jeden Fall eine Pfeile. Und ich brauche einen normalen Hammer. So, einmal, zweimal, zweimal, zweimal. Und die Maschine ist perfekt und kann laufen. So, dann können wir ja schon mal das da wegklopfen. Dass ich jetzt das da wegklopfen kann. Aha. Ich merke gerade, ich habe hier die Wand viel zu schnell gebaut. Der Raum muss ja auch noch in die Richtung gehen. Und in die Richtung, wo ich bin, eigentlich auch noch. Ja, okay. Aber wobei, ich darf nicht vergessen, ich habe den Raum ja später reingemacht. wegklopfen. Ich kann ich auf jeden Fall da drin. Ecke zu. Dann brauche ich gleich mal einen Rucksack. Dich nicht, bitte. Aber das Soldering Iron tue ich auch gleich mit rein. Weil ich demnächst mal noch zwei bauen, dass die anderen Jungs auch noch welche haben. Aber wir haben jetzt dann hier sozusagen unser Kabel, was runterkommt und da kommt ein Battery Buffer drauf. Hinten, MV. Du bist ein Blue Alloy Kabel, das heißt, ich brauche ein paar. Muss ich nur aufpassen, weil da ist ein 16er drin. Ich dachte, ich kann ja mehr abrufen. Und dann habe ich halt das Problem, dass mir das Zeug raucht. müsste es eigentlich hingehen und sagen, okay, wir bauen noch einen zweiten Battery Buffer hier hin. Also das heißt, ich baue jetzt noch einen zweiten HV. Ich brauche noch einen 8er oder 4er MV. Ich hätte gesagt, ich mache gleich einen 8er, weil da kommen ja nur noch mehr Maschinen hin. Weiß noch nicht, ob die MV sind. Ist egal. Okay, ich werde jetzt erst mal das Kabel von hier aus abknipsen und dann darüber ziehen, wenn ich überhaupt so viel Kabel da habe. Ich muss einen 1er nehmen. Da eine Batterie klauen oder so. Ah, also wie gesagt, die EBFs, es funktionieren auch nur drei EBFs, darum wir das dann auch mal irgendwann verbessert. Und dann brauche ich noch einen Transformer natürlich, den darf ich nicht vergessen, weil sonst macht es zischbumm und dann hatten wir den. Aber apropos zischbumm, mache ich gleich mit mir selber. Ich habe extra gesagt, in der Zeit, wo ich das Zeug aufstelle, dass ich das Kantal laufen. Was mache ich denn hier rum mit dem Kantal in der Hand? Circuit 1. Okay, den Circuit 1 habe ich sowieso nicht da. Hätte ich gesagt, gehen wir schnell nochmal in die Werkstatt vor. Und uns bei Circuit 1. Ja, weil es waren gleich zwei laufen. Ah, und die Dächer müssen ausgeleuchtet werden und alles drum und dran. Ja, wie gesagt, ein Stück, so, eins auch weg. Halt und hinlegen. Ich nehme jetzt auch weniger vermeiden die Viecher, dass die spawnen. Haben jetzt auch angefangen, oder ich habe auf jeden Fall angefangen in meinen Baustellen das anfangen auszuleuchten, weil das war, ja, irgendwann ist das nämlich nervig, nervig, wie gesagt, da lichtet schon wieder ein Eimer rum, da sind Schuhe dabei, ja, da wird das Inventar einfach nur noch vollgemüllt. und und dann ist es wichtig, dass wir sozusagen die Beleuchtung dann besser hinkriegen. also der 11er kommt raus, der 1er kommt rein und das Deck kommt rein, da kommt der 11er raus und der 1er rein und das Deck kommt rein. hofft, dass das funktioniert, also der läuft, der sagt, der braucht jetzt 45 Sekunden, der läuft, der braucht dasselbe, passt. So, schön, dass ich vorne war und die Circuits halt, 11er Circuits lasse ich auf jeden Fall schon mal da, aber die brauche ja sowieso. So, dann brauchen wir auf jeden Fall jetzt mal wir brauchen auf jeden Fall ein Transformer, ein MV-Transformer, den brauchen wir auf jeden Fall, dann brauchen wir auf jeden Fall ein Kabel. High Voltage Battery Buffer 9 Slots. Ich könnte es jetzt sogar von draußen rein verlegen, hätte ihn da. Hofft, dass wir noch genügend Alu da haben. Davon brauche ich schon mal auf jeden Fall 16. dann brauche ich Kupferkabel. Ich muss auch jetzt aufpassen, wie gesagt, es geht halt langsam, oh, ich habe noch eine MV-Maschinenhalle, die kann ich gleich mal dafür verbrauchen. bei uns geht nämlich auch langsam ist Poly aus. Also wir brauchen auf jeden Fall mal einen Transformer, das heißt, das deswegen kommt da hin, kommt das Kupferkabel hin, Goldkabel, in der Abteilung brauche ich noch die. Medium-Voltage-Transformer. Mir reicht momentan ein Vierer. Mir reicht momentan ein Vierer. Ich bin gerade beim Überlegen. Okay, wo, ja. hier noch irgendwas drin, was man vielleicht gebrauchen kann. AV-Maschinenhalle, eine Maschinenhalle hätte ich noch. Ah, aber die Maschinenhalle könnte ich verwenden für den, äh, für diese eine Maschine da, die, wo ich noch bauen will. Was man erst mal die Finger weg. Okay, ähm, was brauche ich? Ich muss noch schnell was gucken und zwar, tausend Fledermäuse. Hallo, hallo, Freunde. Ähm, Hired hier, superconducting wires and energy hatches will require helium. Compressed air and liquefying requires 1802 compressed air to get one HECEL. Genau, und das ist jetzt auch das, warum das mir jetzt dann auch sagen, wir müssen auf jeden Fall langsam, aber sicher Richtung, Richtung, Mond uns bewegen. Ja, auch, Gottes Winn sind das viele, um auch an EV ranzukommen, also und das untere Leiste dann auch in Titan zu verlegen und so weiter und so fort. Also, Mond, Mond ist schon, wird schon langsam wichtig. Also, ich habe jetzt noch, ich habe den Transformer habe ich drin, jetzt schaue ich mir einfach mal den Battery Buffer an. I Voltage Battery Buffer Plasma Arc Arc Pulverization Fluid Assembler Es gibt nämlich noch einen Disassembler Ah, den gibt es auch noch und der Disassembler Ich bin fragen mich nämlich gerade, ob der das komplett nämlich zerrupft, sodass ich dann wieder die Sachen rauskriege, die wo ich reingesteckt habe. Einer könnte mir zum Beispiel sagen, okay, ich löse jetzt zum Beispiel die Basic Combustion Generatoren auf und kriege wieder mein Zeug zurück. Kann ich hier mal schnell lesen? Cycling for the environment. If we have too much wood, saplings, nasserack oder other garbage. Ach so, das ist der Recycler. Recycler Ich habe mich auf Disassembler als gelesen habe, aber ich sehe halt keine Rezepte da drin. Was zu viel Holz, saplings, netherrack oder other garbage recycler und get scrapped. You can use it for your amplifier to make your matter cheaper. Okay. Nee, also der der fällt erst mal runter. Okay. Nee, was ich halt gerade beim Überlegen bin ist halt mir einen HV einen ganz kleinen HV Warte mal, ich habe doch noch einen 9er draußen liegen, ne? Den kann ich ja erst einmal provisorisch einfach herverwenden. Ich habe da meinen Transformer mache aus 1mv, das heißt, ich brauche noch eine mv-Batterie. Mehr brauche ich nicht. Okay, dann brauche ich jetzt Blue Alloy Wire. Hier reichen eigentlich, ich sage jetzt mal acht Stück. Installiert die mal. und die Unrelated nehme ich manchmal zwölf Stück mit. Derzeit gehen wir noch ein bisschen Ledermaus klatschen. Besten ist, wenn sie Ruhe geben. Aber schön mit der Ambrus drauf batzen. Blum. Blum. Komm nicht mehr raus. Doch, komm ich. X17. Dann gibt es so was. Tschüss, Ledermaus. Tschüss, Ledermaus. Tschüss, Ledermaus. Erst habe ich gesagt, nein, machen wir nicht. Aber doch, machen wir mittlerweile. Weil für Steinabbau ist er erstmal langsam. Ja, ich kann ihn mit Eisen erstmal bestücken. Aber ich will es ja so machen, dass ich ihn auf jeden Fall schon mal beschleunige. Der braucht noch nicht unendlich sein. Ich brauche auch keinen Kobalt damit, weil wie gesagt, er soll wirklich nur Steine abbauen. Und wenn er dann soweit ist, dass ich dann sagen kann, okay, er ist mir jetzt schnell genug und ich bin dann ich habe dann meinen Modifier frei. Dann werde ich den auf Silk Touch ummünzen, weil dann habe ich einen normalen mit Stein. Der ist jetzt auf Level 18 und dann einen für den also einen für den normalen Stein und einen Kabel genau Warte aufs Kabel soll ich es auch mitnehmen und es ist schon wieder dunkel also legen wir uns hin eine Monster Monster freie Zone Ah, okay. Ich habe jetzt gerade die 1,2 die dreifache Ausflöhnung bekommen von den Fledermäuschen herzlichen Glückwunsch hoffe ich mal, dass ich genügend dabei habe nicht genügend weil ich den mv-battery buffer nicht gebaut habe ja habt ihr gesehen haben wir stellen gegeben so, das heißt ich brauche jetzt hier eine Kiste eine Kiste ich brauche bitte ich will einen vierfach haben klack klack und auch einen auch klack so alles klappt dass das ding auf jeden fall läuft vorteil ist wenn ich länger je umso länger das ich brauche umso mehr kann teil kann entstehen wird jetzt gleich sowieso lustig weil ich werde mir gleich so die griffe verbrennen wobei ich könnte es eventuell mit einer kiste machen weiß gar nicht das weiß bestimmt von euch einer kann man in gt gibt es irgendwas was man bauen kann dass man zum beispiel das zeug anfassen kann aber gesagt dann will ich mir hier erstmal eine batterie wobei es wirklich besser ist dass ich mir hinten eine raus klau hier sowieso weiß dass das noch nicht geht so dann habe ich den transformer der war mal wieder typisch intelligent von mir transformers sollte natürlich erst bitte dahin dann nach acht kabeln hört sich gut an dann kommt jetzt da der battery buffer hin die batterie lädt was richtig gemacht habe wenn die batterie nicht lädt weiß ich was falsch gemacht ab ich habe ich habe in dem medium raus geklaut da kann da passiert gar nichts da passiert gar nichts da kann die machen was ich will doch eine hv klauen auch gleich ein bisschen energie verloren er baut sie gerade auf jetzt tut er gerade wieder energie gewinnen sehr schön daumen drücken mv energie hätte oben das jetzt nicht machen wichtig dann hätte ich gesagt baue ich mal einen gummihammer wenn jetzt in enabled muss ich nur wissen wo ist der eingang output input ich hatte mein kleines männchen da schmerzen was hätte da rein au aber und er arbeitet ist das nicht schön so und unser vakuum freezer arbeitet ha freude springen jubeln kann die hände nicht hochreißen hey doch kann ich moment jetzt habe ich beide hände da schauen das aus ja da die hände unten da die hände oben doch aufhören zu spinnen aber wir haben schon mal sieben kannte alling jetzt übrig ja das heißt jetzt halt wir müssen jetzt halt warten bis unsere zwei ebf halt die restlichen 41 stück noch durch gebatzt haben gut anja ist sehr gut sicherheitshandschuhe haben bitte danke weiß halt nicht ob der gummianzug dafür funktioniert das weiß ich kann ich irgendwann testen aber das schöne ist schon mal wir haben unsere ersten 13 kantal ingots fertig das ist doch das ist doch schon mal schön wir haben unseren vakuum freezer unser vakuum freezer unten angeschlossen und vor allem er funktioniert das ist ganz ganz wichtig so mein problem ist jetzt natürlich wenn ich jetzt da vorne bin ganz weit vorne bin weil ich jetzt zum beispiel sage okay wir bauen am garten center weiter dann könnte ich mir vorstellen dass ich zu weit entfernt bin aber das können wir umgehen immer in den ölturm so jetzt nochmal zurück in die verarbeitung dann stelle ich den jetzt einfach mal hierhin wie lang läufst du noch zweieinhalb stunden perfekt dann kann der nämlich mal bleibt ihr hier stehen und dann kann der nämlich jetzt mal schön brav schön brav mir die skandal durchjagen die zwei stacks dann werden wir in der nächsten folge leider noch nicht am ebf arbeiten weil weil wie gesagt ähm energy patch dann hv das ist ja das ist ja dieser hier da bräuchte ich ja all voltage coils das ist assembler den haben wir mittlerweile elektrische pumpe hv das ist auch kein problem die low power ICs sind auch keins 60k nack coolenzell das könnte ein könnte ein problem vacuum freezer haben wir ja mittlerweile sodium sodium potassium das ist sodium und potassium potassium her anit anit ach so dehydrator habe ich nicht gast hier ist gast gast hier ist macht salt water das ist auch eine möglichkeit um irgendwann mal unendliches salzwasser her zu kriegen äter rock salt macht potassium hammer das zeug dann erarbeiten wir vielleicht sogar das nächste mal als technisch als technischen begleiter an diesem zeug und dann werden wir aber unseren gartencenter weiter bauen weil da brauchen wir nämlich auch noch sehr viel ähm material und wir wollen hier auch noch an dem gebäude arbeiten also gibt noch ähm viel 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 zu tun sonst wäre es kein gd darum macht mir auch das pack so spaß weil es so viel zu tun gibt wird auf jeden fall eine herausforderung irgendwann ein pack zu bauen das genauso herausfordernd ist wie das hier ja genau aber da entwickelt er auch der entwickler schon seit fünf jahren dran darf man nicht vergessen okay ähm dann bin ich mal rechtzeitig fertig geworden ich bin begeistert von mir selber also in meinen 40 minuten denken ja und dann wenn ihr noch fragen anregungen natürlich auch das zum beispiel wie verbrennt man sich nicht die pfoten habt dann schreibt wir noch bitte in die kommentare wenn euch die folge gefallen hat lauft mir noch einen daumen nach oben da und dann sehen wir uns wieder das nächste mal bis dahin ciao ciao